Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eurotrack Simulator 2 Wir fahren jetzt weiter vor Wir waren ja jetzt schon am Hannover, ja an Hannover vorbei Jetzt fahren wir Richtung Bern weiterhin Ich zeige euch gleich die Auftragsdetails Ich will noch schnell auch mal auf Tempo kommen Wenn ich auf Tempo bin, dann werden wir gleich mal gucken Ja, von Helsingberg sind wir ja gestartet Richtung Bern mit Gabelstaplern Und jetzt also geht die Reise weiter So, jetzt können wir gleich einmal in die Auftragsdetails reingucken Dann können auch diejenigen, die jetzt erst einschalten Wissen, worum es hier eigentlich genau geht Ja, wir transportieren Gabelstapler nach Bern Also in die Schweiz, besser gesagt Und jetzt können wir mal gucken Hier sind wir gerade In Hannover, also bei Hannover Wir müssen jetzt Richtung Kassel, Frankfurt am Main Mannheim und dann, ja, sind wir auch schon hier In Schweiz Ja, wie ihr sehen könnt 47.000 Euro, also fast 50.000 Euro Restzeit haben wir noch genug Schätze ich zumindest Ja, das soll es gewesen sein Mit den Auftragsdetails Jetzt also Geht es wieder weiter Oh, ich muss hier links Ich muss hier links Lass mich vorbei Ja, sehr gut Ja, Leute Wie ihr sehen könnt Schreiten wir weiter und weiter voraus Ich trinke jetzt einen Schluck Kaffee Nicht wundern Ah, sehr schön Ich liebe Kaffee Gerade morgens Achso, ja Ich nehme das Video gerade morgens auf Deshalb bin ich noch ein bisschen Noch nicht so frisch Also frisch wach Aber noch nicht so ganz frisch im Kopf Ja, Clark P Einkommen 333 Sehr schön Einer unserer Neueren Mitarbeitern Ja, Leute Wie ihr sehen könnt Fahren und fahren wir Weiter Richtung Bern Erstmal werden wir Richtung Kassel fahren Dann Frankfurt Dann Main Hat mehr Auf dem Schirm Und dann werden wir mal sehen Und das Wetter ist auf jeden Fall sehr schön Wie ihr sehen könnt Da ist der ganze Auflieger nochmal In seiner vollen Pracht Ja So soll es sein, Leute So soll es sein Bei so einem schönen Wetter Fährt man dann gerne LKW In der letzten Folge hatten wir genau hier aufgehört zu spielen Also vorher schon Wo ich gestartet bin Und jetzt also weiter geht die Reise Den überholen wir direkt mal Der fährt mir ein bisschen zu langsam Aber wir sind auch viel zu schnell 89 kmh Ich sage mal so Ja, immer wenn der LKW Selber rollt Ja Wie hier jetzt Wie das gerade so schön zu sehen war Dann lasse ich den immer auch rollen Also nicht wundern Warum ich dann so schnell fahre Das ist dem Tempomaten geschuldet Der rollt Also ich habe den auf 84 eingestellt Für diejenigen Die jetzt erst einschalten Warum ich 84 fahre 84 fahre ich Weil 84 noch im grauen Bereich ist Wenn man das so schön sagen kann Oder im grünen Bereich Also da werden wir nicht geblitzt Da werden wir nicht angehalten Da kriegen wir keine Probleme 4 kmh zu schnell Ist okay Das habe ich gelernt Bei Eurotruck Simulator 2 So Deshalb fahre ich dann immer so schnell Und wenn man bergab geht Dann rollt der LKW halt schneller runter Und dann ist man mal schnell Auf knapp 90 kmh Und dann Ja, lasse ich den auch so rollen Also bis jetzt gab es da keine Probleme Hinsichtlich von Blitzern Und Polizisten War bis jetzt alles okay Und mit dem LKW Knacken auch Demnächst die 15.000 km Ah, wunderschön Kaffee Da freue ich mich drauf Auf jeden Fall Auf die 15.000 Ja, es geht schön bergauf jetzt Dreispurige Autobahn Sehr schön Ja, wenn ihr erst jetzt einschaltet Leute Und mich noch gar nicht kennt Ich bin eines Würde mich über einen Daumen nach oben Über ein Abo Und natürlich über einen Kommentar freuen Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt Ich muss auch mal zu meiner Verteidigung sagen Ja Ich habe schon mittlerweile Über 90 Videos gedreht Über Eurotruck Simulator 2 Aber das heißt nicht Dass ich jetzt immer noch Der größte Pro bin Damit habe ich das Spiel Glaube ich Also schätze ich zumindest Nicht mal zur Hälfte gesehen Obwohl ich schon quer durch Europa Ähm, unterwegs war Ähm, deshalb Also bitte ich immer Um Rücksichtsnahme Und natürlich um Verbesserungsvorschläge In Form von Kommentaren Radarkontrollen Jetzt könnt ihr es sehen Ah, okay Jetzt sind wir aber zu langsam Da hättet ihr sehen können Dass wir mit 84 kmh Oh Müssen langsamer fahren Oh 60 Warum Jetzt habe ich ja ein bisschen Zu doll gebremst Kassel Ost Oh Miroslav Z 10.696 Euro Sehr lecker Sehr, sehr lecker So wegen der Brücke Wahrscheinlich, ne Miroslav Z Ist im Level aufgestiegen Sehr geil Das ist er Unser ein Äh, einer von den Mitarbeitern Der Gestandenen Der ist schon länger dabei Das merkt man auch An der Summe Die er immer dann Einfährt So, jetzt sollten wir eigentlich Gleich 80 kmh fahren dürfen Hoffe ich zumindest Boah, das geht aber auch steil bergauf Und jetzt sieht das ganz schön scharf aus Die Kurve Für eine Autobahn Also es könnte sein, dass das natürlich Die Autobahn ist Ist es sogar Es ist die Autobahn Ja, jetzt dürfen wir wieder 80 kmh fahren Sehr gut Dann lasst uns mal wieder beschleunigen Einkommen 1263 Oliver H Okay Ja, das ist auch einer Von den neueren Mitarbeitern Aber der fährt auch schon Gewinn ein Wie man sieht So langsam wird's mit der Firma Ich bin zufrieden Kann man nichts sagen Ah, jetzt brummt der LKW Aber auch ordentlich Bergauf, du Da Muss der LKW richtig arbeiten Kirchenheimer 3 Oh Man, was ist das denn für einer Überhol doch mal schneller, ey Wir kommen hier nicht Wirklich über 60 kmh So Jetzt endlich mal 70 Jetzt geht's auch bergab Jetzt sollte es schneller hochgehen So 84 kmh Tempomat ist drin So Jetzt ist das wieder bergab Jetzt rollen wir wieder zu schnell Aber ist nicht schlimm Wie gesagt Ich lass den dann immer so rollen Nicht wundern Warum ich so schnell fahre Das ist dem Tempomaten Wieder einmal geschuldet Ja Die 600 km sind jetzt angebrochen Die letzten 600 So Jetzt sind wir auf der richtigen Fahrbahn Oder Fahrspur Und Jetzt können wir die Reise weiter fortsetzen Und die 15.000 km kommen immer näher Und näher Und näher Und jetzt geht's wieder bergauf Steil bergauf Gucken wir mal Ob wir da gut Rüberkommen Die A7 verläuft bei Kassel Aber ganz schön Hubbelig Sag ich mal Bergauf Berg Bergab Immer so ein Hin und Her Sag ich mal Den überholen wir gleich Oh Der hat uns Geschnitten ey Der war halt nicht ganz links Hohoho Das war aber knapp Wenn er mich schneidet Hat er aber selber schuld Ne So Hier nochmal Rechts Ja Können wir Und hier dann Ähm Nein Doch Ah Ah Nein Ich war mir nicht mehr so sicher Ich hab mal den Tempomaten rausgenommen Weil das ganz schön steil bergab geht Ja Aber ich glaub wir können das trotzdem Ähm Umfahren Ja Kein Problem Sehr gut Sehr sehr gut Ich dachte jetzt müssen wir wieder Irgendwo 50 bis 100 km Umweg fahren In Bulgarien war das ganz schlimm Ne In Bulgarien war das nicht so Dass man direkt Wenn man sich verfährt Wie hier Ähm Ja Einfach Weiterfährt Und dann ist man quasi wieder Auf der Richtigen Spur Oh jetzt sind wir aber hier ganz schön schnell Oh ich lass den gerade ganz Ähm Nur rollen 100 Wow 100 kmh Leute Wahnsinn So jetzt einmal links Ja sehr geil 100 kmh Habe ich mit diesem LKW noch nie geschafft Muss ich ehrlich mal sagen Auch wenn ich nicht ganz legal war hier Oh Okay Jetzt müssen wir bremsen Hier ist ja was los Oh Ein Laster Total verkohlt Jetzt will ich aber rüber Ja da ist wirklich was los Rasthof Grafen Rasthof Grafen Habe ich jetzt nicht lesen können Ähm Ja ich merke auch Dass wir bald einen Rastplatz Aufsuchen müssen Denn ähm Ja es wird Zeit Zum Schlafen Zum Schlafen Ich werde nicht diese nehmen Sondern die nächste Die nächste werde ich dann auch Anfahren Wird ja Zeit Kreditraten in Höhe von 10.122 Euro Gesamtsumme wurden gezahlt Sehr gut Ja für diejenigen Die nochmal jetzt erst einschalten Leute Wir haben ja Ohne einen Kredit In Kaliningrad Unseren zweiten Sitz Aufgebaut Mit drei LKW Das heißt Dieser Kredit Von 10.000 Noch was Das ist ein sehr alter Kredit Was in Zukunft uns Ähm ja Sehr profitabel Für uns sehr profitabel sein wird Und die 15.000 Kilometer Haben wir mit unserem LKW Jetzt auch offiziell geknackt Sehr geil Sehr geil Mann in dieser Folge Haben wir aber auch Ganz schön viel erlebt 100 kmh Geknackt Und die 15.000 Kilometer Mit dem LKW Der New Mercedes-Benz Arctos Fährt Und fährt Und fährt Kann man sagen Was man will Der hat uns bis jetzt Sehr viel Geld eingefahren Ich weiß gar nicht Kann man das irgendwo einsehen Was ein LKW jemals Also im ganzen Leben Für einen In die Firma eingefahren hat Das wäre mal interessant Wenn einer weiß Wie man diese Funktion nützt Oder wo das ist Weil ich weiß das noch nicht Kann ja gerne jemand Die Kommentare Das Schreiben Das wäre nett Einkommen 541 Klagp Das war jetzt nicht das Gelbe vom Hai Sag ich mal Aber Kleinvieh macht auch Mist Kleinvieh macht auch Mist Jeder Cent Jeder Euro Zählt hier Gerade wenn man so eine Riesenfirma wie ich Es habe gerade Anführt Naja was heißt Riesenfirma Aber ja Eine Firma die floriert Und auf dem Guten Weg Der Gut im Weg der Verbesserung Ist Gut im Weg der Verbesserung Kann man das so sagen Eventuell Oh Was ist da denn Vorne los wieder Ah ok Das war nur Eine von der Einfahrt her So Hier Rüber einmal So und dann wird es aber Mal Zeit mit dem Rastplatz Sonst wird es langsam Echt knapp Aber sollte demnächst Mal einer kommen Denke ich mal Hoffe ich zumindest Mensch Wo bleibt die denn Oh Schöne Walze Walze So Jetzt wieder wechseln Ich glaube das wird langsam Knapp mit dem Rastplatz Hier Nürnberg Mannheim Frankfurt am Main München Stuttgart Geradeaus Ja wir müssen Ja wir müssen natürlich Richtung München Stuttgart Würde ich mal sagen Weiter geradeaus Durch Ja weiter geradeaus Natürlich Und jetzt würde es mir langsam Mal gefallen Wenn wir den Rastplatz Anvisieren könnten Anpeilen könnten Wie auch immer Denn Ja das wird langsam knapp Ich meine noch ist es nicht rot Das Schlaf Symbol Aber es ist schon fast voll blau Und dann wird es auch bald rot Und dann wird es bald sehr knapp Deswegen wäre das eigentlich sehr cool Wenn wir jetzt mal einen Rastplatz langsam finden Damit wir einen Augenblick mal zur Ruhe kommen 485 Kilometer noch insgesamt Ah ich hoffe Und glaube stark dran Dass wir das noch schaffen Mit dem Rastplatz Glaube ich Ja und als nächstes Wenn wir Geld gespart haben Bin ich mir noch nicht so sicher Was wir machen Ob wir uns jetzt einen neuen LKW holen Oder ob wir Vielleicht nochmal die Firma vergrößern Muss ich ehrlich sagen Dass Da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher Ja Ich spiele das Spiel auch als Newcomer Sag ich mal Also hab wirklich nicht so viel Ahnung Dementsprechend Weiß ich nicht Was effizienter wäre Wäre es effizienter Jetzt sich noch ein LKW zu kaufen Oder seine Firma zu erweitern Ich glaube Ähm Letzteres Seine Firma zu erweitern Wäre nochmal Intelligenter Könnte man sich nochmal Einen Sitz irgendwo aufbauen Mit drei LKWs Oder ne Wir verbessern erstmal Kaliningrad Auf fünf Stufen Das heißt Ähm Nochmal zwei Garagenplätze dazu bauen Dann haben wir fünf Dann können wir zwei LKWs kaufen Irgendwie so Macht mehr Sinn Dann kriegen wir auch die Tankstelle In Kaliningrad freigeschaltet Ab dem Ab der dritten Stufe Also wenn man Fünf Garagenplätze hat Bekommt man ja Eine Tankstelle Und bei dieser Tankstelle Firmen eigene Tankstelle Quasi Spart man immer Fünfzehn Prozent Auf den Sprit So Jetzt weiß jeder Der meine Videos verfolgt Dass man bei Kaliningrad Beziehungsweise in Russland Sehr sehr wenig Für den Sprit bezahlt Also Ja Genauer gesagt Um die 50 Cent Irgendwie So Und das ist dann nochmal Eine Ersparnis Von 15 Prozent Ich bin jetzt nicht so gut Im Kopfrechnen Ähm Ich denke mir Das sind so Zehn Cent bestimmt Zehn Cent Ja Ungefähr Mehr als Zehn Cent Ein bisschen Mehr als Zehn Cent Oh ich bin viel zu schnell Ja wie ihr hören könnt Gehnt unser Unser Fahrer schon Beziehungsweise Ich Ich Also ich bin ja der Fahrer Ähm Dementsprechend wird es Wirklich knapp jetzt Mit einem Rastplatz So Einmal geht der noch Glaube ich Und dann wird es rot Die Anzeige Und dann Ja Wird es eng Wird es höchste Eisenbahn Dass wir Irgendwie Einmal Ins Schlaf Hinkommen Da müssen wir mal gucken Da Jetzt ist es rot geworden So Jetzt wird es richtig kritisch Jetzt kann ich sagen Es wird wirklich kritisch Jetzt wird wirklich Allerhöchste Eisenbahn Dass man Ja Einen Rastplatz Ansteuert Weil sonst Fängt der Sekundenschlaf an Und das Das ist dann wirklich Ohne Geschwindigkeit Brauchen ein bisschen länger Und ich sehe immer noch Kein Rastplatz Oh oh Leute Das wird knapp Wetterumschwung Auf einmal sehr bewölkt hier Oh man Kein gutes Zeichen hier Wetter spielt nicht mit Fahrermüde Ne Alles nicht so Positiv Kein gutes Omen Für uns Oh man Das wird eng Ich will einmal auf der Karte Gucken wie weit Das weg sein könnte Oder ist Ah da Ja Ich weiß nicht wie viele Kilometer Das noch sind Aber Es erscheint mir doch Schon ein bisschen weiter Schauen wir mal Also auf jeden Fall Soll noch einer kommen Wir haben es jetzt Auf der Karte gesehen Aber ich weiß nicht Wie lang Wie weit das ist Das könnte eng werden Aber werden wir schon sehen Mensch Wir schaffen das schon Also einmal hatten wir Noch keinen Sekundenschlaf Beim dritten Mal Bauen wir den Unfall So kenne ich das bis jetzt Also zweimal Dürfen wir noch Einen Sekundenschlaf haben So Sie werden müde Finden sie eine Parkmöglichkeit Um zu schlafen Das war jetzt der erste So So viel zu zwei Jetzt ist Das war das erste Wenn es jetzt noch einmal passiert Ja Dann geht das noch Beim dritten Mal Dann ist Feierabend Dann landen wir irgendwo Ja Vielleicht irgendwo hier auf dem Berg Oder auf der Seite Oder im Gegenfahrbahn Noch schlimmer Also Gegenverkehr Das muss dann auch nicht sein Naja Schauen wir mal Ob wir das noch schaffen Oh Das wird wirklich eng Das wird wirklich eng Das wird wirklich sehr sehr eng Ich bin echt mal gespannt Ob wir das schaffen Es könnte eng werden Es könnte Oder es wird eng Aber Ich bin mir echt nicht sicher Ob wir das schaffen Aber andersrum Wäre es ja auch wieder langweilig Also Es muss schon irgendwie Immer irgendwas sein Damit das Spiel auch attraktiv bleibt Mensch Das hat sich sogar fast ein bisschen gereimt Da Rastplatz ist im Visier Endlich Wir sind gerade noch rechtzeitig angekommen Oh Das zweite Mal Das zweite Mal Jetzt schon So Jetzt sind wir aber auch Sicher In unserem Rastplatzchen Wo wir hin wollten Moment Oh Ja Ne passt schon Wir müssen hier durch Irgendwie So Und dann Oh Sehr gut Dreie Parkplätze Gibt es auch noch Das ist ja mal sonst Immer der Andere Hindernis An den Sachen Also jetzt Im Spiel geht das Bis jetzt hatte ich da Keine Probleme Aber in der Realität Soll es ja richtig schlimm sein Mit den Plätzen Für den Rastplatz Manchmal Dass man da Plätze findet Und so weiter So Parken wir unseren Mercedes-Benz Arctros Zu den Anderen Maschinen hier Und dann wünsche ich uns Eine gute Nacht Ich verabschiede mich dann auch Gleichzeitig Wünsche euch Alles Gute Meine Besten Danke dass ihr mir zugeschaut habt Und ja Wir werden in der nächsten Folge Dann genau hier weitermachen Vielen vielen Dank Dass ihr mir zugeschaut habt Und ja Vielen Dank Und jo Ciao